Hallo in die Runde, da ist ja der Bau aus der Marke. Ich habe da heute ein Problem. Ein grünes Problem. Der Minister und eine Ex-Ministerin und eine Bürgermeisterin, die über einen Plagiatsvorfall gefallen ist, haben demonstrativ, den Artikel hängig hinten dran von der Stuttgarter Zeitung, Bio-Brotboxen gepackt. Nur hat man das Bild mal genau betrachtet. Bio-Brotbox aus Plastik. Papa hätte es nicht getan, Butterbrotpapier auch nicht, weil die haben ja so viele gute Sachen eingepackt. Vollkornbrot. Ja, habe ich auch. Esse ich auch. Roggenbrot, also kein Weizenanteil, nur Roggen drin. Obst, Gemüse und ein Fruchtriegel. So, ein Bio-Fruchtriegel. Sag mal, habt ihr alle eine Macker oder was? Ein Bio-Fruchtriegel, das ist hochverarbeiteter Dreck. Da sind so viele Stoffe drin, steht zwar noch Bio drauf, so viele Stoffe drin, die absolut für die Haltbarkeit verantwortlich sind. Das Zeug hält nicht, wenn man das verarbeitet hat. Das geht nicht. Das ist genau wie eine gewaschende Moorübe. Die fängt an drei Tagen an zu schimmeln. Punkt aus. Das sind Sachen, Grundsätze, die man kennen muss. Aber wenn das Minister ist, ein amtierender Minister, Landwirtschaftsminister und eine ehemalige Ministerin für Landwirtschaft, die können das nicht, die wissen das nicht, weil denen fehlt das Wissen dazu. Fachwissen, Realität und so weiter. Naja, ist egal. So, und jetzt frage ich euch mal, der hat doch bei der 10 Gramm Diskussion Fleisch, hat er doch gesagt, jeder kann essen, was er will. So viel er will, Fleisch morgens, mittags, abends, nachts. Ja, und wieso ist denn angewiesen? In NRW, ich habe eine Bekannte in NRW, die ist Erzieherin, die hat gesagt, zweimal die Woche gibt es Fisch oder Fleisch. Also zweimal abwechselnd. Der Rest ist vegan, Punkt aus. Und der Keterer ist angewiesen von oben. Wer sitzt oben? Die Grünen, alles klar. Von oben angewiesen, nur noch drei Mahlzeiten vegan, also drei Mahlzeiten vegan, zwei in der Schule mit Fisch oder Fleisch auszustatten. Und Bio, alles Bio. Und dann ist es schon mal schweineteuer geworden, weil man kann sich also fast keiner mehr leisten. Und dass die Eltern von diesen Leuten nicht auf den Tisch bringen. Ja gut, die sind ja nicht so alt wie wir. Die hatten das mit dem Wissen nicht so. Die konnten Fächer abwählen. Denn wir hatten in Biologie schon in der siebten Klasse die Ernährungspyramide. Ja. Und danach haben wir dann auch gelebt. Und meine Kinder auch. Und die Karte, die Kinder alle groß gekriegt. Ohne irgendwelche Schäden, dass sie jetzt grün werden oder so. Und wenn man sich überlegt, wenn man das nicht erreicht durch Freiwilligkeit, nee, dann wird das verordnet. Siehe das Schulessen oder das Essen für die Kinder in NRW, in dieser großen Stadt mit D, dass man das alles von oben vorschreibt. Weil im Stadtparlament sind welche, die dann auch froschfarben sind. Und die das so haben wollen. Die sich aber nicht vorstellen können, dass das ungesund ist. Ich habe einen Kumpel, der ist Vegetarier. Ja, der isst Fleisch, äh, der isst Milchprodukte, also Käse und Milch und so was. Das isst er. Und Fisch, glaube ich, Fisch isst er auch. Aber auch dem reicht das nicht. Er braucht ab und zu mal so ein Bonbon mit B12. Ja, und dann sagt man von der Regierung aus oder von diesen Berufspolitikern, weil mehr sind die ja nicht. Die können ja nichts. Die sind ja nichts. Die haben keine Erfahrung. Von diesen Berufspolitikern behauptet man denn, dass das gesund ist und nachhaltig. Was nachhaltig ist, das wisst ihr sowieso nicht. Das könnt ihr euch schon mal klemmen. Wenn Bio-Emüse aus Spanien kommt, kann das nicht nachhaltig sein. Alles klar? So, und jetzt halt die Frage. Wie findet ihr denn, dass solche Klientel sich hinstellt, ist so Freiwilligkeit und jeder kann machen, was er will. Aber von oben wird vorgeschrieben, wie die Kinder sich zu ernähren haben. Na, ist dit nicht ein Diskussionspunkt, Leute? Denn mal los, der Bauer wartet.